Hallo liebe Zuschauer, die letzten zwei Jahre mulche ich überall wo ich kann und so, dass wenn ich Grasschnittmulch habe, dann versuche ich alles zu mulchen, überall im Garten. Und seitdem habe ich zum Beispiel sogar größere Erdbeeren. Früher, wo ich nicht gemulcht habe, die waren viel kleiner. Und zwei Jahre schon sind die ziemlich groß. Und zuerst werde ich meine Erdbeeren waschen. Natürlich, ich werde waschen noch mit diesem grünen Teilchen, weil sonst werden die Erdbeeren zu viel Wasser in sich saugen. Ich entferne zuerst die grünen Teilchen und dann schneide unsere Erdbeeren. Da kann man jetzt geschnittene Erdbeeren sehen, aber ich habe diese Erdbeeren so grob geschnitten, weil ich die später pürieren werde. Warum werde ich pürieren? Weil meine Familienmitglieder so mögen. Die mögen pürierte total ohne sogar kleine Stückchen Erdbeeren drin. Aber ich mag mit kleinen Stückchen, das wird die zweite Variante. Aber anfangs machen wir so total pürierte Erdbeeren. Aber zuerst müssen wir da Zucker nehmen. Wie viel Zucker? Ich überlege nicht lange. Ich kaufe einfach Gelier-Zucker. Und das ist klipp und klar steht da drauf. Für ein Kilo Früchte braucht man halb 500 Gramm Zucker. Meine Gläser kommen zuerst in die Spülmaschine und danach im Backofen für 15 Minuten bei 100 Grad. Und die Deckel 10 Minuten köcheln bis zum Kochen bringen und dann ungefähr 10 Minuten köcheln. Obwohl man sagt, für Marmelade muss man Gläser nicht sterilisieren, nur sehr gut sauber machen. Aber ich trotzdem Backofen und heißes Wasser, kochendes Wasser für Deckel. Sicher ist sicher, sage ich dazu. Die ersten grob geschnittene Erdbeeren habe ich jetzt aufgekocht und nur 4 Minuten gekocht, so kurze Zeit. So wie auf dem Päckchen steht und jetzt ist alles gut geworden. Jetzt kann ich in vorbereitete Gläser unsere Marmelade verteilen. Hier habe ich klein geschnittene Stückchen von Erdbeeren und die werde ich nicht pürieren. Zwei Kilo Erdbeeren und ein Kilo Gelier-Zucker. Zum Kochen nehme ich emalierte Töpfe und natürlich entweder emalierte oder aus Edelstahl-Geschirr verwenden für Erdbeeren. Da wird bald die Masse kochen und man muss natürlich Schaum sammeln. Und wegmachen. Und kochen muss man 4 Minuten. Also so steht er auf jeden Fall auf Zuckerpäckchen. Deckel sind zugedreht und jetzt bleiben so auf dem Kopf die Gläser stehen und ich bedecke noch mit Handtuch. Und so bleiben die bis morgen früh stehen und werden abkühlen. So sehen Sie die Erdbeeren-Marmelade, wo die kleinen Stückchen drin im Glas sind. Zeige ich näher. Da sieht man jetzt ganz gut. Und so sieht Marmelade aus, einfach püriert, total voll püriert und da sieht man keine Teilchen. Alles wird Püriert. Schmecken beide sehr gut, aromatisch und eigene Marmelade, eigene Erdbeeren, wo ich weiß überhaupt keine Chemie oder was Schädliches ist. Hervorragend. Erdbeeren sind die ersten Beeren am Anfang Sommer und deswegen sind die mir so wert und ich liebe die. Bestimmt mehr als die anderen Beeren überhaupt. Heute habe ich wieder genug gesammelt, aber heute sind die Beeren sogar besser als gestern. Gestern, die waren irgendwie ein bisschen mit viel Feuchtigkeit innen drin. Da waren regnerische Tage, aber zwei, drei Tage. Jetzt scheint nur die Sonne ohne Regen und die Früchte sind alle trocken. Die sind sogar süßer und sehen bombastisch aus. Hier sind schon die gewaschenen Erdbeeren ohne Strunk und da muss man in jedes Glas so ungefähr ein Drittel vom Glas dazu geben. Ja, das ist ungefähr so. Im großen Topf habe ich Wasser gekocht und jetzt befülle ich die Gläser mit Wasser. Da befinden sich schon die Erdbeeren. Und jetzt mache ich volle Kanne Wasser. Und so weiter. Und so müssen wir eine Viertelstunde, 15 Minuten die Gläser stehen lassen. Mit heißem Wasser. Nach 15 Minuten mache ich folgendes. Nach 15 Minuten mache ich folgendes. Und das Wasser. Und das Wasser. Schon hat Wasser rosa Farbe. Das mache ich weg. Jetzt habe ich gefunden, wie es die Grämer gibt. So. Und fertig. Und fertig. Und dann kann ich noch mehr Zucker nehmen. Und man kann noch weniger oder mehr nehmen. Das ist Geschmackssache. Mir gefällt gerade 110 Gramm für 1 Liter Saft. Jetzt verteile ich wieder zurück diesen Saft mit Zucker in die Gläser. Die Gläser sind voll. Man muss nur die Deckel zuschrauben. Und Kopf überstellen und über Nacht so lassen. Abkühlen. Zum Abkühlen. Und so sieht das aus. So haben wir getrunken. Als wir klein waren in Russland, haben wir Pepsi, Kohle, Fanta, sowas haben wir nicht gehabt. Und das beste Getränk, das waren so Erdbeeren mit Zucker und Wasser. Aber lebenslang bleibt dieses Getränk für mich wie allerbeste. Und sowas hervorragendes können Sie jetzt sehen. Bis zum nächsten Mal.